Ardabada Padmanantasana Die Seitstellung mit halbengebundenem Lotus. Vishnu Prema zeigt, wie es geht. Ausgangsposition Langsitz. Von hier beuge das rechte Knie und gib den rechten Fuß zur Hüftbeuge. Gib den rechten Arm hinter den Rücken und fasse an den Fuß. Dann gib die linke Hand auf den Boden bzw. den Ellbogen auf den Boden und lehne dich auf den Ellbogen. Dann anschließend kannst du noch probieren, den Rumpf auf den Boden zu bringen und die Hand unter die Wange. Und so bist du in Ardabada Padma Anantasana. Eine schöne Variation von Anantasana, eben der Seitstellung. Eine bequeme Stellung zum Ausruhen, mindestens für manche Körperteile.